So, ich bin jetzt auf KiKaD, hier bei meinem Kindheitshellenbeeren das Brot und... Oh, Spiel und Spaß. Mal gucken, was es für Spiele hier gibt. Wimmelbild. Okay. Mal gucken, was das hier ist. Und, los geht's. Ähm... Was? Ähm... Was muss ich hier machen? Ähm... Ähm... Äh... Ist das hier schon das Spiel? Ist das hier das Spiel? Das kann nicht das Spiel sein. Werden das Brot ist so ein großer Name? Die können doch nicht so ein Spiel zu seinem Namen machen. So, ich bin jetzt fertig. Ich muss sagen, wow. Was für eine Enttäuschung. Und jetzt kommt mir nicht mit der Ausrede, es ist ein freies Online-Spiel ohne Anmeldung. Vergiss nicht. Die Nickelodeon Superbrow-Spiele, die ich 2018 gespielt habe, waren auch frei ohne Anmeldung. Und mein Shark Show war auch gratis. Ich mag zwar Bernd das Brot, aber dieses Spiel kann ich nicht weiterempfehlen. Dislike. Je fiance weg. Vielen Dank.